Wir lassen Sie nicht vor geschlossener Türe stehen. Hallo, ich bin Ihre Monika Schweiger und ich begrüße Sie sehr herzlich hier bei uns in der Galerie 10er Haus. Wir sind für Sie da, um Ihre Welt ein wenig schöner zu machen. Ich möchte Ihnen heute gerne unsere wunderbaren Pfau und Vögel präsentieren. Sie verbreiten Freude, gute Laune und Sie bringen Freude in Ihren Garten und auch in Ihr Wohnzimmer. Wir bieten Ihnen verschiedene Varianten. Dieser hier zum Beispiel hat wunderbare matte Farben, ist wunderbar aufgefächert, sehr dekorativ und stolz. Dieser hier schildert in wundervollen grün-blauen Tönen einen Blickfang in Ihren Garten. Dieser hier, finde ich, eignet sich besonders als Geschenk für Weihnachten. Dieser hier besticht mit seiner Größe, er ist der Chef in der Gruppe. Wir sind für Sie da, um gemeinsam mit Ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu gestalten. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie sehr gerne. Über WhatsApp können Sie uns auch im Geschäft besuchen, vereinbaren Sie einen Termin. Und auch unser Online-Shop ist rund um die Uhr für Sie geöffnet. Abwohnung, Zustellung oder Versand, Ihre Bestellung kommt besonders schnell zu Ihnen nach Hause. Ich freue mich von Ihnen zu hören. Bleiben Sie gesund und besuchen Sie uns, sobald es wieder möglich ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017